Uli, wir müssen jetzt ganz tapfer sein. Warum? Wir stehen an der Schwelle zu einer neuen Epoche. Ach so. Die Menschheit besteht aus Menschen. Ja, ja. Wo das Rad am dreht. So, Geschichte. Und das Schicksal. Will es das Indag? Wo das... Verstehst du das? Nee. Uli, wir sind Erfinder. Wir sind Wegbereiter. Pioniere. Seid bereit. Uli. Willkommen in der Zukunft. Ich wollte nicht hin, aber danke. Uli? Ja? Du bist doch mein Freund, ne? Ja, ja. Wünsch dir was. Was? Was zu essen. Egal was. Aber wünsch dir's. Du bist der Arschte. Ich wünsche mir Arbeit. Ich mache auch alles. Aber du kannst nicht. Ich bin flexibel und ausgebunden. Und ich wünsche mir auch ein Gaper, der mehr will, als ein frisches Abenteuer. Kinder, kein Hindernis. Uli. Es sind 4,6 Millionen. Denkst du, die werden auf dich, du ausgestopfte Flüchtbüffel? Ja. Dann nehme ich eben ein Stück Eierschenke. Das ist eine gute Wahl. Das hätt ich. Ja. Nö. Wasser. Ich bin prass. Wasser. Ich bin prass. W-W-W-Punkt Eierschnecke. Jetzt habe ich Schnecke geschrieben. Ja. Ich bin prass. Ich bin prass. Ich bin prass. Ich bin prass. Er aklung, ja wieentar, ey. Sonst kommt es ja nicht. So. Jetzt drücke ich hier aufs Eter. Ich bin prass. Und es beginnt eine neue Zeitrechnung. Nein! Ein einziger Fingerdruck, oh, socotens von der Zukunft. Ach schön. Ich trage mich nicht. Uli. Ja? Sag du's. Du's. Emma! Was ist denn jetzt los? Was ist denn hier? Ich weiß doch nicht. Was ist denn los? Backe, was hast du denn gehört? Was soll ich denn? Backe, was ist denn so doof und dunkel? Geht nicht so weit! Backe! Ich will eine Frau regeln. Ich schreibe ein, Uli. Was? Die Auto-Mass-Maschinen. Was hältst du denn los? Hey, 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 hey! Hilfe! Ich schuhe deine Arzt nicht. Ich schreibe ihn. Ich schreibe ihn! Das war's für heute. Willkommen auf der Erde.